hallo und ich komme zu einer weiteren folge der menschen so oder und mit mir dem herrn gleich und dem herrn sofort nebendran ja so ja und wir machen heute wieder mal daily shop news die anderen videos kommen alle noch jetzt noch nicht dazu gekommen die zurecht zu schnippeln schneiden ja dann fangen wir erst mal mit den kommentaren haben wir wieder unseren fleißigsten kommentator maxi max so ich kann es nicht lesen von ihr du musst das vorlesen weil ich ganz gut dass die kommentare so weiß ich ob ich in die kommen gehen sollte oder nicht dafür machen wir das sehr gerne freue ich mich dann wissen wir wenigstens dass es euch ein bisschen weiterhilft und was bringt cool dankeschön jetzt hast du das gleiche noch mal eingebendet also der herr sofort ist ist so was von train ja dann ja dankeschön ja gut bitteschön maxi max so sehr gerne jetzt jetzt gucken wir mal erst mal unten rein hier in dem erst mal rein was was gibt es noch bei der daily mams box dass wir gucken und den die mams box nein und runden und darunter rechts also rechts links da rechts so auch wieder meine wirken unser profi unser profi ist die mams ist die mams ist die mams ist die mams old fashion ist kacke das ist die kackbox ja aber da gibt es manchmal auch da gibt es müßig seite die du sonst nicht bekommst so okay haben wir uns du aber den braucht keine hier an der stelle den kriegst du auch auf andere art und weise so also dann gehen wir halt guck noch mal ob sich noch irgendwas geändert hat in den mega 1 dass man kommt gibt mir mal die die maus steine empfohlen so was haben wir mal das bei karten müsste doch die andere gehen in meinen karten rein das müsste die zweite box auch schon längst dann gibt es uns keine zwei habe sich verspätet ach das ist wegen dieser müßig wegen der müßig okay donnerstag und montag so ich bin leute ist heute heute nur zur erklärung heute bin ich wirklich nicht nicht voll da wir haben heute laser tag zusammengespielt und irgendwie die hatten da sonst unseren rauch nebel nebelmaschine gehabt und irgendwie habe ich nach zehn minuten spielen habe ich gedacht ja was ist jetzt los also voll konditionell abgebaut aber nach zehn minuten konditionen abbauen gibt es eigentlich nicht ja und dann komme ich da raus nach einer viertelstunde und war total im arsch dann haben die augen angefangen zu tränen die nase hat angefangen die ganzen atemwege haben gebrannt wie sau ja ich glaube es jetzt los also richtige allergische krasse reaktion hat mir dann noch zwei anti allergikum reingepfiffen selbst die die haben zwar kurzfristig was geholfen aber und sei es zieht sich heute durch den ganzen tag durch inzwischen geht es mir schon wieder einigermaßen aber wir haben jetzt mitten in der nacht und bin immer noch nicht wirklich voll da also sorry wenn ich jetzt nicht ganz klar in der birne bin aktuell vielen vielen dank er sofort dafür schläfst du unten im keller also sollte jetzt gehen wir die kommen mastery rein mastery solberg versus bord ich habe es jetzt also ich kenne die nicht so ja jetzt ist es doch an tut du scrollst und hast du schon wieder ausgeblendet doch ist doch gar nicht zu sehen hat doch naja aber okay was was kann denn überhaupt hier ich kenne die kommen und ich weiß was jetzt gesagt rein von straß klüppel stopp vor der unten reite weiter geht so 25 gras 10 10 fach kribbel und 23 revanche wenn ich das von hier aus richtig erkenne das ist schon richtig krank muss man sagen also ich habe es jetzt auch noch keine schlechte solberg kombo gesehen jetzt machte man bleibt erst mal noch mal da also wer auch hier wiederum wer den mythic solberg hat der kann hat wahrscheinlich auch genügend gems sich das ding dazu holen und das ist krass also holt euch wer sie es leisten kann ich jetzt kaufen bis du hast nicht mal hier ich weiß ich habe nicht mal hier so das ist wenn das weise nahrung oder hier wenn das auffahren sie nach ja das heißt weise nahrung deutschen version in der deutschen version ja und das ist halt eine sehr defensive karte mit dem heilen dass wir den bürger und schild die ist die kann auch schon unter umständen hat die schon also gerade die golden turd wenn du also leute die jetzt noch keine so mega starken decks haben und haben golden turds beispielsweise das ist golden turd beispielsweise für er mit bänder oder aber golden turd mit bob ja da ist das wort zum beispiel und eigentlich ist es wirklich also ich sag mal für die für die leute die noch nicht ganz so weit sind es ist eine sehr gute support karte in rumble um dort wieder leben zu heilen das ist halt wirklich eine karte die setzt du eigentlich prinzipiell nur ein um leben wieder zu heilen und dadurch dann mehr punkte beispielsweise in einem rumble zu holen und da ist auch wenn das weise nahrung nicht schlecht und eigentlich geil ziemlich nice und vor allen dingen sollte als werden gegen eine andere gruppe gespielt für also die leute die leise text und spieler kennen das und zwar gegen eine andere gruppe gespielt wir haben acht gegen sechs gespielt die waren zu acht wir waren sechs leute und haben halt wie soll ich sagen also da war einer gewesen eine erwachsene den fall hier wie vorwitzig er hat mich also da hat mich getötet na so hat er gesagt so mein freund du bist tot so ich bin ja mit er gelaufen habe ich gesagt so mein freund du bist auch tot ja das war das der mit dem weißen t-shirt da war noch einer mit einem weißen t-shirt er war auch mega witzig also der den hast abgeschossen von hinten dann hat er sich zu dir umgedreht hat gegrinst abgewunken und läuft dann gerade mal drei vier schritte normal also in langsamem tempo weitersen habe wieder abschossen da war so eine richtig witzige situation ich bin in sechs leute reingehoben wirklich in sechs leute da waren drei vor mir die waren als erstes da es war so eine typische fortnight situation da waren drei leute vor mir und ich habe alle drei also ich habe drei schüsse abgefolgen drei leute getötet die haben mich nicht getroffen so dann war hinter mir auf einmal drei leute also wie abstauber halt in fortnight so da drei leute noch mal hinter mir habe ich auch alle getötet mich umgedreht alle drei getötet na ja naja also auf jeden fall mega mega cool hat die eine runde die ich mitmachen konnte hat bock gemacht ansonsten war ich dann knocked out gegen gar nichts mehr also allergie mega scheiße aber egal ich hoffe dass es das morgen dass es wieder alles in ordnung ist heute ging es mir danach nicht mehr wirklich gut jetzt kann man zu der nächsten kombo das ist die golfer amy genau ich kaufe ich habe keine auf geht sondern haben wir hier nicht ganz so schnell es wäre schön wenn du irgendwo mal jetzt hast du da gerade aktuell hast du es ist schon krass also die golfer amy ist schon brutal mit dem also wer amy im deck hat und die ja da sollte sich auf jeden fall und natürlich die passende sport kombo der sollte sich auf jeden fall hier diese kombo holen die ist richtig nice also geil das ding ist geil so dann gehen wir in die allerletzte kombo rein und das ist der mc stewie und der ist der ist wirklich schlecht mc stewie mit schule karten mit musikkarten also es tut mir leid mit musik karten ich bin echt gerade mit musikkarten und der ist einfach schrott also das ist halt auch wieder sowas und dann hast du mythic stewie und dann so eine schrott kombo obwohl normalerweise mit musikkarten schon richtig geile sachen rausholen kannst naja also bin ich nicht wirklich begeistert von da lohnt sich nicht also was was ist jetzt die quintessenz aus dem heutigen shop wir haben zwei geile kombos zur option das ist einmal die golfer amy und einmal diese seudberg versus bot combo für die pay to win spieler oder wales halt die seudberg versus bot und für die free to play spieler wenn sie eine dr amy wong im deck haben sollten dann eben die combo lohnt sich wirklich macht sinn holt sie euch ja ja das war es jetzt hier von diesem daily shop video wenn es euch gefallen hat und geholfen hat dann lasst mal ein leichter wenn es euch nicht geholfen hat lasst auch ein leichter ja es gibt ja welche die gut sind und die 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 kennen alles in und auswendig und die die haben alles sondern und die denken sich boah was labern die da und können trotzdem leichter lassen warum nicht ihr warum nimmt also wenn ich aktiviert die glocke und haut rein macht's gut bis dann und tschüss